Die Dampfwalze Weiter, weiter, weiter! Aber auch der Klaas jetzt im Ziel Jawoll Und dafür etwas mehr Hauptbehaarung ist Christoph Selten Niedersachsen gegen Bayern jetzt hier Und der Stefan geht ab hier und führt auch leicht Aber Christoph kommt jetzt mit großen Schritten Beide gleich auf Jawoll Und umdrehen und wieder weg 220 Kilo müssen übrigens jedes Mal angehoben werden Ist auch eine feine Sache Beide gleich auf hier Super, und umdrehen Die letzte Bahn, da wird es spannend Ist der Mann ganz leicht vorne Aber der Stefan ganz leicht vorne Aber trotzdem ist der Stefan ganz leicht vorne Und dann hört es aus Niedersachsen mit einer guten Zeit Links von euch, oder je nachdem Also der Mann der nach außen steht Dichter an der Bande dran ist Das ist dieser Spiel aus Bayern Und der Mann nach innen steht Und der zur Arena ist Das ist Simon Rötter aus Hamburg HSV gegen Bayern München Auf geht's Jawoll Jawoll HSV führt ein Jetzt kommt Bayern auf Sehr gut Sehr gut Weiter weiter Sehr schön HSV führt eins zu wohl Und da kommt Nein, jetzt kommt Bayern auf Sehr gut Der Ausgleich Zur Ehre der Bayern Nein, jetzt brauchen wir Hamburg vorne Das wird nochmal spannend Die letzte Bahn 220 km angehoben Der Hans-V Führer ist jetzt leicht Komm, 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 komm Der Sportansatz Aber Hamburg hat gewonnen Ja Stopp Das geht ja eine Sekunde mehr Das geht weiter Der Blumenstein kriegt ja und hier Bestrafzeit Aber schnell Aber trotzdem gut dabei Weiter geht es Das Schöne ist natürlich Wenn man schnell ist Man braucht nicht so lange festhalten Auf geht's Christian Tida auch gut dabei Der Blumenstein verdammt schnell Das könnte Bestzeit werden Mal schauen Ja Nein Ich glaube nicht ganz Mal schauen Christian Tida auch gut Der ist nichts weg Der Blumenstein war nur so schnell Und ein Sieg Komm, Vitali Auf geht's Niki, mach mal größere Schritte Sehr gut 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 Weiter, 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 weiter Komm Und jetzt geht's los Schritte, 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 Schritte Immer weiter, nicht stehen bleiben Immer weiter gehen Immer weiter gehen Jawohl Und Los jetzt Endsport Los jetzt Komm jetzt Auch unter 30 Also es sind alle gut heute bei 20 Komm Komm Michael Kowlowski Jetzt doch mal Der Mann aus Sorge Der wird vor allem Der geht immer so lange Man Kraft hat ja genug Komm Lass den Kopf oben Und gehen jetzt durch hier Schneller, 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 schneller Komm, komm, komm In der Jugend hat man nur 100 Gleich hast du's Gleich hast du's Jawohl Diesen Koffer Der David Gottschalk aus Berlin Zirka 150 Kilo Körpergewicht Jeder von diesen Koffern wiegt 110 Und der Niall Ardern wiegt selber nur 100 Und jeder Koffer hat 110 Der Niall ist schnell Und jetzt umdrehen Und zurück Niall komm Und jetzt gib Gas Beide schnell unterwegs 2 220 Kilo 110 Noch mal anreden Der hat keinen Anhaltspunkt Zum Gegner Mach's den auf Nicht dampf in deinem Arsch hier Damit er nicht so faul ist und eine Pause macht Der stelle da durch Der stelle da durch Matthias Hördi Los Junge Macht Lärm Leute Das braucht der Sonst ist der mehr faul Jawohl und umdrehen Und hoch den Kram 220 Kilo Das ist gar nichts Bleib gerade Junge Super Der ist schnell Umdrehen Kopf nach oben Und los Bebring dich Leute Macht Dank hier Gleiches Endziel Geh ins Ziel Jawohl Onkels Avond Super